Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net Spezial. Gibt es im Jahr 2018 weiße Weihnachten? Diese Frage habe ich tatsächlich bereits Ende August gestellt bekommen. Manche können es wohl nicht abwarten und in zwei Monaten, da ist ja Weihnachten auch schon wieder vorbei. Da haben wir den 27.12. Also sucht mal schnell noch ein paar Geschenke zusammen, denn auch diese acht Wochen, die gehen ziemlich schnell vorüber. Aber trotzdem können wir Meteorologen heute noch keine Vorhersage abgeben, wie das Wetter in gut 60 Tagen sein wird. Denn Wettervorhersagen von diesem Ausmaß sind einfach nicht machbar. Wir können uns aber mal einen sogenannten Monatstrend anschauen vom US-Wetterdienst NOAH. Schauen wir uns mal den Monatstrend für den Dezember an und dann sehen wir, der Dezember könnte insgesamt rund zwei Grad Wärme ausfallen als normal. Also eher ein sehr milder Monat. Aber auch dieser Trend sagt uns überhaupt nichts darüber, wie der 25. oder 26.12.2018 werden könnte. Und auch der Blick auf die Niederschlagsabweichung für den Dezember, die helfen uns nicht weiter. Die sagen zwar, es könnte vielleicht ein relativ normaler Monat werden in Sachen Niederschläge, aber auch daraus können wir keinen Honig ziehen und Aussagen treffen, wie die beiden Weihnachtstage werden können. Halten wir also fest, seriöse Wettervorhersagen für das Weihnachtsfest sind heute noch gar nicht möglich. Auch die sogenannten Monatsprognosen helfen uns da nicht wirklich weiter. Denn der ganze Dezember könnte ja warm werden und genau die paar Tage über Weihnachten könnten auch eisig werden. Das wäre ja auch möglich. Das wissen wir heute noch nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch das berüchtigte Weihnachtstauwetter. Das ist wirklich eine Großwetterlage, die sich immer wieder mal kurz vor Weihnachten einstellt. Da kann es wirklich bis kurz vor Weihnachten sehr kalt sein, sehr schneereich sein. Und dann genau zu den Festtagen, das wurde schon sehr oft beobachtet, wird es mild vom Atlantik und auch sehr nass. Und der schöne Schnee, der taut dahin. Und dann ist der Traum von einer weißen Weihnacht ausgeträumt. Und naja, es will ja nicht jeder unbedingt weiße Weihnachten haben. Aber ich persönlich finde es ganz schön, Weihnachten, Weihnachtsbaum und draußen so ein bisschen an Schnee, der runterrieselt. Aber das ist eben auch nicht jedermanns Geschmack. Ja, in diesem Sinne noch einen schönen Tag und tschüss, bis bald.